Diese zum Kauf angebotene Doppelhaushälfte wird in Dortmund-Kirch-Hürde erbaut. Voraussichtlich 2016 wird dieses Drei-Etagen-Haus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Carport-Stellplatz. Es hat eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 282 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 143 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 439.800 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.